Hey Leute, willkommen zurück zu Max Blaze, Age of War, das blendet vor. Wir sind immer noch, wie hieß es, Kanzus Scheiterhaufen. Wir haben immer noch Moralprobleme, weil wir mit so vielen Assembly im Krieg sind, aber demnächst, nächste Runde, hoffentlich, wahrscheinlich, hoffentlich, ist Logan besiegt, wodurch wir dann einen Krieg weniger haben sollten und damit sollte die Zufriedenheit der Assembly wieder einigermaßen nach oben gehen. Wir haben dann immer noch die drei anderen Leute, mit denen wir im Krieg sind, aber das ist nicht so schlimm. Von daher sollte das passen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt Logan nächste Runde ohne große storytechnische Überraschung einfach kaputthauen können. Quarziteinheiten haben wir nochmal in Auftrag gehalten, dass wir vier Quarziteinheiten angreifen sollen. Das machen wir automatisch. Ist klar, die Städte... Okay, da greift sogar noch das an. Das ist natürlich dann soweit interessant, wenn wir jetzt Logan besiegen sollten, dann wären die Städteinheiten ja alle neutral. TK hat den Krieg erklärt, TK hat den den Krieg erklärt. Claudius bricht Verteidigung. Produziert, produziert. Das ist okay. Das ist klar, dass die Gebiete hier Leute sind. Die haben wir jetzt natürlich alle verloren. Natürlich daran, dass wir die Städte verloren haben. Diese. Und diese. Können wir fast automatisch machen. Machen wir aber nicht, wenn wir eine Einheit verlieren. Machen wir das lieber gleich nochmal manuell neuer. Wir haben Geschütze. Okay, aber Geschütze sind ja bekanntlich nicht das Problem. Äh, Fliegende könnten ein bisschen nervig sein, aber, wie gesagt, könnte... Wir lassen erstmal unsere Vorzugsziele durch. Sehr schön betäubt und fast tot. Plutum, Plutum, Plutum. Okay, erstmal die, die einfach zu killen sind. Ja, geil. Du guckst eigentlich nur, dass du möglichst weit nach vorne kommst, ne? Okay. Was die Tesla machen, äh... Boah. So, wir müssen hier eventuell die Effekte entfernen. So, wir müssen jetzt heilen. Können wir den jetzt heilen. Können wir den jetzt heilen. Können wir den jetzt trotzdem vorspringen. Was jetzt so gar nicht so sehr bringt, irgendwie. Das mach ich mal kaputt. Wir müssen jetzt mal gucken, dass die, die aufgeladen ist. Auch stirbt. Ein bisschen Entladung. Ja, gut. 50%, 50%, 60%. Ähm. Hm. Komm schon. Warte. Warte. Wie schön, wenn die hier hinten noch sterben würde, ehrlich gesagt. Wir können wie Satan auch noch weiter überleben. Niemand kann jetzt auch springen. Immer noch. Da bieten sich gerade einige Möglichkeiten. Zusammensetzen geht auch noch, das sollten wir auch nicht vergessen. Das ist schon ein bisschen nervig, dass wir immer keines erwischen so richtig. Keine große Gruppe. Naja. Da rein. Toter Gegner ist ein toter Gegner. Okay, dann gucken wir, dass wir die im Himmel holen, so weit es geht. Bumm. Puff. 80% ist eigentlich die letzte Sache. Genau. Da geht's mal dahin. Greifst ihn an. Aber das ist deswegen jetzt, dass ich das nicht machen soll. Okay, das wurde deshalb betäubt, wie geil. Könnten jetzt noch mit einer Blitzentladung den hier töten, was natürlich noch viel besser wäre. Hier eine Schredderbombe rein. Kein Problem. Auch kein Problem wirklich. Er verlebt. Okay. Boom. Was machst du? Schau mal auf. Du kannst ja vorgehen. Daneben schießen. Wie gut. Wir müssen doch nicht treffen. Wir können doch alle sonst wohin treffen. Wir können doch nur noch dieser Turm angreifen, oder? Also der ist verblutet. Auch nicht schlecht. Wir nehmen schon Vernichter und ein Demonteur. Auch okay. Genau, jetzt muss man dieses Ding bergen. Empire Task completed. Wir müssen kurz gucken. Ich habe nämlich, wenn der eine Aufgabe, wo ich nochmal kurz unterbrechen müsste, wenn der muss ich gleich nochmal los. Aber egal, wir kriegen eine Armee, eine ganze Armee, misstraut, neutral. Logen wurde besiegt. Das sind dann nur noch neutrale Städte und Einheiten hier. Maradeure. Du könntest theoretisch die da hinten... Genau, weil die neutral sind jetzt. Und du müsstest gucken, dass wir hier möglichst schnell zurückkommen. Minus 14. Der Weile hat er alles, ne? Forschung. Und da eine Forschungsdinge ist, möchte ich mal wissen. Da einkommen. Du hast Replikationsfabrik. Das ist schon mal Quatsch. Quatsch. Da geht es ja schon mal los. Zentrale Replikationsfabrik ist okay. Wobei du hast... jede Menge Produktion in der Nachbarschaft. Dein Gen ist das auch Quatsch. Da müssen wir uns jetzt um diese Maradeurskollegen kommen. Was ist das hier eigentlich? Puls-Abergeschütz, Puls-Abergeschütz... Alle feindlichen Mechanismen... Ah, ein Blitzschaden. Okay. Okay. Nehmen wir. Gehört jetzt immer noch nicht uns, aber... Müssen gucken, dass wir hier noch... die Mods stehen eindrücken. Können es jetzt nämlich... Erweiterung... und Betäubung... Du kriegst... Schienenbeschleuniger... und Stahlschlafette. Du hast alles, du hast alles. Du siehst auch gut aus. Ähm... Sollte an sich keine Probleme sein. Ich will den Verlust nicht. Auf allem, weil sie zusammensetzen, glaube ich, auch hat, oder? Ach, Erweiterung. Das ist das Problem. Zinhalb muss ich dann doch die Autokämpfe aktivieren lassen, wenn ich das so sehe hier. Ähm... Ja, zusammensetzen. Und sie hat... auch hier Aufputschmittel. Genau. Gut. Du gehst mit vorn. Du gehst... hier ist er hin. Du gehst... Du gehst... was ist das so? Okay, da kommen Wächter dazu. Dann gehst du da unten. Wir werden wieder gegen Cowan-Race her. Ja, aber nicht so groß. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann gleich machen. Dann kannst du vorspringen. Jetzt noch den Sprüger. Das war eine ziemlich geile Runde. Kannst du in Nahkampf gehen, solltest du auch tun. Eine tote Einheit ist eine tote Einheit. Könntest du immer noch eine Schredderbombe oder irgendwas machen? Blitzentladung. Mit zwei Leute zum Taumeln, das wäre doch schon mal aufgefallen. Ich muss die Frage, ob sie meinen Anführer... ...näher und versuche zu hacken. Verladen. Okay, ich würde sagen... ...das lassen wir mit dem Autokampf machen. Wir kriegen es zwar auch so hin, aber... ...das müssten wir halt nochmal machen und... ...ja. ...das akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Dominator. Brauchen wir nicht. Verkaufen wir. Schnelligte Truppeneinsatz. Genau. Die Produktion ist auch immer gut. Guck mal, da gibt es nochmal Forschungspunkte. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Ähm. Fangen wir erstmal mit dem Einfachen an. Wir haben jetzt ja eine ziemlich fette Armee. Das wäre die Frage. Es sind noch sehr viele schwere Einheiten auch dabei. Du bist eh nur ein Scout. Du könntest mal da oben scouten. Und dann demnächst diese Forschungspunkte noch mitnehmen. Du wirst nicht nur die Infanterie, du wirst die schwerer. Du könntest sogar überlegen. Da hätte man natürlich das mitnehmen müssen jetzt. Hättest du noch da reingehen können. Aber egal. Ähm. Du zählst. Du zählst als schwere Einheit. Du zählst als schwere Einheit. Unschwere Einheit. Leichte Einheit. Okay. Die Helden natürlich. Den dazu. Und den zum Hacken für den Cyborg. Wir haben hier immer noch eine ganze Truppe. Die dann gleich im Süden wieder loslegen kann. Das mal wieder ein. Und die Gruppe geht jetzt mit nach da. Die Gruppe geht dann hier mit hin. Mit dem hier zusammen. So. Neural-Komplex. Bergen. Müsst man dann. Bring den Neural-Komplex aus der Basis. Das machen wir später. Das machen wir jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Das war wie gesagt. Wie wir unsere Einheiten sammeln. Gesellschaftsforschung. Tja. Das ist jetzt. So eine Sache. Wir haben hier sämtliche wirtschaftliche Nachteile. Das ist wichtig. Ähm. Zufriedenheit sieht eigentlich ganz gut aus. Obwohl wir hier keine Freizeitzentrum haben. Das ist die Hauptstadt jetzt wahrscheinlich. Hä. Das sollten wir eigentlich nicht machen. Aber dann trotzdem eine Freizeitkuppel. Ne. Wir müssen jetzt eher gucken, dass wir unsere Leute richtig. Äh. Ne. Okay. Ähm. Einfluss. Haben wir auch einiges. Wie gesagt. Dann irgendwann die intelligenten Kugeln kaufen. Ne. Sohne könnten wir uns das dann leisten. Gut. Ich meine. Ich glaube es passiert auch noch mal etwas. Wenn wir diesen Neural-Komplex dann gebogen haben. Aber vorerst bin ich erstmal. Versuche ich erstmal mein Reich. Was ich jetzt habe. Zu stabilisieren. Durch diese ganzen Marodeur-Angriffe. Und dann würde ich. Ähm. Den Neural-Komplex bergen. Und gucken was passiert. Ne. Also bis dahin müssen wir mal. Bisschen Ball flach halten. Diese Doktrin wäre auch noch gut. Fällt mir gerade ein. Da werden wir wahrscheinlich einfach. Das sind einfach riesige Armeen von ihm. Hier gewesen. Oh. Ja. Ich will ja. Nicht so dass ich nicht will. Aber wenn sie keinen Verteidigungspakt mit mir haben will. Was soll ich denn machen. Ich zwinge mich doch hier nicht auf. Oh. 400. Tja. Weiß ich auch nicht was wir jetzt machen mit denen. Könnte ein bisschen nervig werden. Unschlüssig ehrlich gesagt. Also das Fakt ist dass du hier nach unten rennst. Und. 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 Also beschweren der Trommensatz macht sich hier definitiv bemerkbar. Du gehst dahin. Naja. Gud ab einer könnte da sogar hin. Wassen wir mit dem machen machen wir später. Beschleunigen. Okay hier ist gerade so dieses hier dass man nichts sieht. Genau und ansonsten ist hier auch wieder nicht viel. Du könntest dich dann mit denen vereinen und vorher mal das hier eigentlich mal wegsnacken. Na, sehr gut. Könntet ihr sogar ohne den Helden diese Stadt wieder einnehmen. Das wäre ja was, ne? Ja. Und du hast das soweit eingenommen. Tja. Gibt es eigentlich nur noch das, weil hier vorne wollen wir jetzt nicht hin. Dann lassen wir es das so machen. Ist eigentlich hier noch eine vorgelagerte Basis, dann hätten wir das. Aber ansonsten ist deine Aufgabe jetzt erstmal wieder da hin zu gehen. Das könnten wir beschleunigen. Sehr gut. Da können wir nicht auch mehr Produktionen. Da geht das schneller. Genau. So ist das gedacht. Das können wir so machen. Genau. Ich hatte hier gedacht, dass du eine zentrale Bioform hast. Dann gucken wir weiter. Das hier Blitz ist totaler Quatsch. Das ist so Produktionen. Das ist okay. Das ist ein speziell gebaut. Ingenieursgilde ist okay. Wie gesagt, der Blitz. Lassen wir aber. Was soll's? Die Produktion dort. Das ist alles nicht so der Hit. Das ist ja alles nicht so durchdacht, muss ich sagen. Holt ihr die mal zurück. Ach guck mal. Hier ist das Problem. Okay. Dass wir dann Forschung brauchen. Aber erstmal müssen wir das dann freikaufen im besten Fall, dass wir hier ein bisschen Zufriedenheit haben. Zentrale Bioform erstmal. Und dann könnte man hier anfangen, den Quatsch irgendwie gerade zu rücken. Den Blitz kann man meinetwegen stehen lassen. Aber das ist totaler Quatsch, da Forschung zu haben. Kann man das nicht irgendwo... Wo kann man das... Kann man die Sektoren nicht irgendwie... angucken? Ich möchte da eine andere... Ich möchte da halt eine andere Spezifizierung drauf haben. Na, guck mal nächste Runde. Machen wir so. So ein Blitz ist okay. Also lassen wir so. Nur die Frage, was wir mit dem da unten machen. Müssen wir schon hingehen. Das löst sich nicht von alleine. Und dann müssen wir das hier unten auch gleich mit wegnehmen. Weil auch das löst sich nicht von allein. Und das könnten wir dann auch noch frei machen, wenn wir einmal dabei sind. Und das wird alles durch entweder diese Heldin oder durch die Gruppen ohne Held gelöst, würde ich sagen. Genau. Speaking of. Intelligente Kugeln haben wir jetzt nicht, weil wir die anderen haben. Du kriegst das. Du kriegst das. Und Reue. Bäm. Verpasst. Du machst Gatling an und Demontage Schuss. Ähm. Schienenbeschleuniger. Ist das wiederholt? Ähm. Stahlschlafette. Okay. Vielleicht ein Dude, würde ich sagen. Du auch, oder? Und Betäubung. So viel haben wir zur Zeit nicht. Machst du erstmal das. Aber doch tatsächlich ein Kosmikproblem. Anführungszeichen Problem. Also das werden wir dann noch einnehmen. Aber hier können wir uns erstmal darum, um dann die beiden Dinger noch einzunehmen. Und wenn wir die vier, ah, das sind auch nur drei Quazit. Ich bräuchte noch zwei mehr Quazit-Gegner. Dann hätten wir es. Mal gucken. Ich will diese Aufgabe erfüllen. Ich sag, den Generalkomplex machen wir dann, wenn wir da ein bisschen Ordnung reingebracht haben. unsere anderen Städte wieder eingenommen und da mal ordentliche Sektoren-Dinger drin haben. Jetzt sind wir noch mit drei Leuten im Krieg. Das ist okay. Wir sind mit drei Leuten verbündet und einer gefasst verbündet. Also das sieht gut aus. Sehr viele Maradöre unterwegs. Ja, guckt euch das an. Die Bielse sind jetzt nicht mehr geordnet. Oh ja, einen Held können wir uns tatsächlich gebrauchen. Wir haben viel zu viele Einheiten ohne Heldenanführung. Oder jetzt sogar dieser taftische Silvismodul. Da ist die Lens. Hast du schon nachkampft? Nein, das nicht. Wir könnten dir auch diesen Bogen geben. Das ist halt so ein Bogen-Dude. Das wirst du fixen. So ein imperialen Werfer und ein Geschossbeschleudiger. Das hätte ich gedacht. Bam! Ein bisschen nehme ich jetzt Fernkampftyp. Du kriegst Feldmedizin. Der Infanterie. Schnelle Bewegung wäre für Nahkampfgut und eingegraben. Ja. Guck mal, da wirst du gleich ein ganz guter Held. Und du nimmst mal den jetzt aus. Bzw. Bzw. Kyro Widerstands. Oh. Das ist ziemlich gut. kostet auch richtig viel. Zurecht. Und du machst danach mal Operationseffektivität. Und dann das. Ähm, Forschungspunkte? Und gibt's auch noch mal Forschungspunkte? Oder was ist das? Irgendwas? Produziert, produziert, produziert. Happiness Event in Karni. Die sind sogar zufrieden. Glaubst du es? Gibt welche, die sind zufrieden? So. Dann muss man kurz Pause machen. Entschuldigt die Unterbrechung diese und auch letzte Woche. Bei mir ist ein real life ein bisschen toba, bohu, aber ich denke, wir kriegen das alles soweit hin. Ich war gerade hier dabei zu gucken. Wir haben ja jetzt hier die haben wir das schon. Dort hier die Zentrale. Ja, sehe ich das nicht. Doch, zentrale Bioform haben wir. Blitz ist okay, das ist im Endeffekt auch okay. Ich würde wahrscheinlich das hier noch anschließen. Und man könnte hier höchstens statt blitzen ein Wohnsektor reinmachen. Ich würde ähm, dass ich das zerstören. Genau, dann machen wir einen Wohnsektor rein. Das wäre gut. Ähm, du produzierst in der Zeit, äh, äh, ich bin sehr zufrieden. Da könntest du auch diesen Reaktor machen. schießen. Stahl-Schrot-Flinte entzünden. Aber die Produktion ist mir zurzeit wichtiger als die anderen Sachen. Ähm, da guck mal, hier können wir das sogar noch nehmen, weil die Kolonie ist sonst ziemlich am tollerwertesten. Guck mal, das ist noch trotzdem vulkanisch. Schade, ich dachte Ruinen, das wäre noch gut. Ähm, eins, zwei, drei, oder du gehst dahin, das geht auch. Du kommst nämlich nicht dahin, da wäre es gut, wenn die Kolonie dann das mitnimmt und das und du nimmst noch das und das. Ja, dann machen wir das hier anschließen, Applikationsfabrik zerlegen und dafür die Wachstumsgeschichte reinnehmen. Die Frage, will ich den Sektor überhaupt? Will ich diesen Sektor? Eigentlich nicht. Könnte doch viel lieber diesen Sektor nehmen. Und die Hauptstadt könnte dann auch das, also die ehemalige Hauptstadt. Ja, das ist viel besser. Ähm, genau, du gehst dahin. Sieht hier aus. Ereignis sind vier. Seidens, wir beschleunigen das. Und eine Runde haben wir es eh. Gut, das wollten wir. Können wir mit der Einheit das noch platt machen. Werde deinen Helden auf. Ähm, schwere Einheiten erhält das. Unerheilvolle Core ist natürlich für Nahkampfeinheit auch richtig gut, aber die Bodenstreitkräfte sind erstmal besser. so. Dann das macht unser neuer Held, würde ich sagen. Da kriegt er eine Armee in die Hand gedrückt. Du könntest da kommen, dann sind wir schneller unten durch. Du bist da schon näher in der Nähe. Hier würde ich es einfach mal sagen. Wir haben zwar alle keine Mods. Ach, guck mal, die könnte man sogar kaufen. Aber so viel kriegen wir nicht. ein paar Verluste werden okay. Macht man nicht mal. Ach, guck mal. Wenn wir so schnell sind. Auch gleich mit dem. Ein paar Verluste ist überhaupt kein Problem. Wir haben die Städte wieder. geil. Ich sehe auch noch eine ganze Armee fällt mir gerade ein. Nicht nur mit dem anderen Helden. Jetzt müssen wir das machen. Okay, hier hatten wir das soweit erkundet. Sogar der Karten ran. wäre also gut, wenn du noch bis weiter nach unten gehst. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier alles zu machen geht. Sieht nicht zufriedenheitsmäßig aus. Plus 12. Das heißt, du könntest auf jeden Fall das machen. Könntest in der Theorie Einheiten produzieren, musst du auch nicht. Zufriedenheit hält sich gerade so. Deswegen würde ich das nicht machen mit diesen Übersteuerung Stings Bums. Und hier wollten wir jetzt gucken, was hast du zentral? Du hast die zentrale Bioform. könntest noch einen Sektor was ist das für ein Sektor Sektor der gehört jetzt noch wieder noch geg scheiße okay die müssen wir erstmal noch zurück hauren ja dann tendenziell zufrieden ist eigentlich kein Problem oh ja Botschaft richtig gut die gehören uns schon wieder nein die gehören uns noch nicht wieder Junge 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 also hier ist irgendwie Produktion und du hast auch eine Produktion für die 20 Nahrung da produziert da ist Forschung wegen dem Forschungsding das ist okay Produktion ja das passt soweit ähm auch so ein Botschafterding würde ich sagen oder beziehungsweise erstmal Produktions Stärkung äh okay also weil wir das gerade nicht besitzen ich verstehe gerade immer ein bisschen verwirrt wir sind fast zwölfer hier wir haben hier noch eine sechster gruppe plus ein paar extra damit müssten wir mehr oder minder unsere Einheiten füllen können zur Not müssten wir noch produzieren wir haben jetzt ein paar Verluste akzeptiert das ist halb so wild ich glaube auch Verlust bei unserer Haupt Heldin die müssten eventuell dann auch noch mal verstärken mit einer Einheit oder zwei genau das habe ich mir gedacht dass dann dort irgendwo nach Mema kommt die sind jetzt ziemlich eingekesselt er noch mal wissen nicht nur seine Einheit hin und her bewegen würde dann würde das was bringen was sie noch macht ok noch mal kurze pause ok letzte letzte unterbrechung für heute gewesen auf den letzten 20 minuten wir haben anpassungsfähig bewirtschaftung finde ich richtig gut da kriegen wir hier nochmal einen arsch voll mehr schichten nicht genau weil wir den jetzt genommen haben wir kriegen wir zufriedenheit nehmen wir jetzt hier forschung hier kriegen wir produktion und nahrung was hast du in deiner base nahrung produktion gibt es doch nicht da können wir ruhig forschung nehmen würde ich sagen oder wohngebiet lohnt sich hier ein wohngebiet hier nicht weil das einzige was wir wieder bekommen sind vulkanische gebiete und kein mensch braucht vulkanische gebiete also kein wohngebiet sondern forschung sektor annexed wissen produktion produziert so guck an man kann auch das nehmen hm aber wenn der hier ein wohngebiet macht dann könnte er ja trotzdem eins oder dann könnte er da hinkommen die könnte das hier nehmen und dann den restlichen dreck ja dann macht hier ein wohngebiet auf jeden fall so so jetzt haben wir erstmal alle wieder zusammen ähm genau und da du gehst direkt mal runter weil unten werden wir jetzt angegriffen brauchen wir Erfahrung deswegen kriegen wir jede menge ähm Dingsbumspunkte auch das ist es da muss wohl dann hin übrigens da ganz hinten gibt es noch mal was ähm jetzt wollen wir nicht angreifen du könntest jetzt gucken dass du noch diese Blitzspulen Türme hinkriegst tja und du kriegst dann irgendwie eine Armee hier unten noch äh zusammen ähm ja und die Aufgabe war das und dann das zu machen und dann das oben noch zu befreien und eventuell das da hinten noch zu befreien dieses hier ähm da können wir uns eventuell sogar aufspalten ne wenn man sich das so anguckt du schaffst das sogar ohne dich da rein biowerfer wenn ich sogar noch du kriegst sogar auch noch einen biowerfer ähm so in dem müssen wir dann gleich gucken wie wir die alle koordinieren noch auf den warten dann kriegen wir das auch so hin auch so hin ein Soldat nehm was hier so gibt ach guck mal das könnte man kaufen nur das nicht hier wäre die Wohnstelle man könnte also noch eine Kolonie hier hin machen und dann hätte man die Geschichten zusammen was mich nicht juckt was mich ein bisschen juckt eher sind die Sachen ähm und das würde ich jetzt noch einfach aufspalten das machen wir der nächste Runde gucken wir welche Armee mit welcher da zusammen geht das machen wir jetzt weil den Rest der Armee der wird dann nach rechts bewegt wir brauchen fünf Einheiten noch wir haben eine Nahkampfeinheit zwei Soldaten wir brauchen auf jeden Fall noch Nahkampfeinheiten also ihr werdet auf jeden Fall eine gute Gruppe die nicht unbedingt ne die könnt ihr mal eventuell sogar hinterlassen und die Sniper brauchen wir nicht nochmal zwei ehrlich gesagt oder können wir einen zurücklassen der Sniper geht dann zu dem Schwert unter dem Typen zwei des gleichen brauchen wir auch nicht unbedingt dann kommen wir da hin mit da hin genau und dann gucken wir mal wen wir von denen dann hier noch mitnehmen und welchen nicht ähm zwei dieser Support Einheiten ich weiß nicht so gut sind die Support Einheiten für uns jetzt ehrlich gesagt nicht muss man jetzt mal ehrlich gesagt zugeben ganz schön viel Lava okay okay du könntest noch was produzieren was hast denn du naja da wollten wir die mentale Biofarm auch nicht nur es gilt Produktionssteigerung okay die müsste man dann freikaufen für 18 das haben wir eigentlich könnte er da hingehen ja und hier ist die Frage ne also hier wäre eigentlich gut wenn wir jetzt hier an die Basis stellen tausende Euro ist Geld übrig äh kosmiet wachstumskommen 30 Energie das nötig okay Doktrinenplatz haben wir bald wir haben dann bald könnten wir ähm eine Kolonie die sich die ganz guter Dinge ist verstärken mit drei zusätzlichen Siedlern das ist ziemlich geil diese Kryostase Geschichte da ähm sie interessiert uns ich kann es noch nicht angreifen so Blitzdinger kriegen wir auf jeden Fall hin er kann auf jeden Fall seinen Sektor halten okay das möchte ich schon gerne behalten Forderung der Paragon auf jeden Fall akzeptieren auf jeden Fall akzeptieren auf jeden Fall akzeptieren Wohngebiet gewonnen gewonnen da sind Leute eingedrungen Nahrung 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 produziert produziert okay ähm das kaufst du mal frei genau und jetzt wollten wir uns hier nämlich aufteilen ähm du gehst du gehst mal mit einem Meter hoch du gehst mit einem Meter hoch kommst du mit wir gehen da hin na bam bam sieht soweit gut aus taktischer defibrillator sind die ausgewählte biologische Einheit oder sei auch in Maxi wiederbelebt oh das ist nicht schlecht das könnten wir ähm hier zum Beispiel geben dann hat sie nämlich die Möglichkeit Sachen wieder zu beleben Operationseffektivität das heißt wir könnten jetzt das wollten wir machen das habe ich schon wieder vergessen hä wir haben doch extra das hier gemacht auf dem Network Trin zu aktivieren ach die Doktrinen von den Dingern die wir noch gar nicht haben hä ähm betäubung einschlag statisch puff und jetzt wollten wir hier auch noch das ist eigentlich kein Problem genau da kann nämlich jetzt sogar noch jemanden anschließen hä 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 können wir sogar überlegen ob man hierhin geht aber wir wollten das hier anschließen ne genau du solltest dann hierhin gehen ok 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 jetzt müssten wir langsam wieder uns einmal zusammenfinden ähm er braucht noch zwei fernkampfe oder einen dieser ach ich bin total überfordert ich bin total überfordert ähm sniper hat er kein sniper kein soldaten kein blitztypen das heißt er kriegt den und den und den genau und sie hat drei sie hat einen fernkampf und einen nahkampf sie kann also noch das alles bekommen und der rest geht mal mit ihm hier zusammen so jetzt habe ich doch hoffentlich mal ich sage mal alle einigermaßen zusammen was könnte er denn noch gebrauchen ähm ok jetzt brauchen wir gar nicht drüber nachdenken weil wir keine dinge übrig haben aber irgendwann wäre das eine gute sache ähm da liegt noch was rum was aber wahrscheinlich verteidigt ist wir nehmen wir diese meilenstein ladestation da könnten wir nämlich weißt du so ja da kann man nämlich haben wir noch ein paar bewegungspunkte extra guck mal und da sehen wir auch einfach noch mal ein bisschen nahrung jetzt wäre die frage welche stadt ist sehr zufrieden und welche stadt braucht vor allen Dingen noch ähm dringend eigentlich am meisten die hier wenn man ehrlich ist die hat noch am meisten zu gewinnen mit dort und dort 32 das reicht das heißt wir könnten eben das eine im nächsten Runde und was sieht denn das mit zufrieden als plus 11 ok ähm so schnell geht's hat das mit zufrieden als plus 11 die noch ein bisschen unzufrieden kann das sein ja ein bisschen das soll deswegen auch noch eigenes in 13 das verstehe ich ähm moment du musst doch nicht diese blitzschwür machen du kannst du einfach diese paragon geschichten machen ähm ähm guck mal brauchen wir ein wohngebiet das habe ich doch schon dreimal gefragt nein brauchen wir nicht brauchen wir dann nahrung so 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 bauernzieller das gilt dann auch wäre halt ziemlich gut mhm und dann die Botschaftsgeschichte bauernzieller das gilt Und ansonsten, können wir halt gucken, dass wir das mit dem Paragon möglichst zeitnah zusammenkriegen, wobei, das kostet ein bisschen viel. Was wir auf jeden Fall machen wollten, war, das hier zu beschleunigen, dass wir diese Türme haben. Viele haben davon keine Mods. Wir haben ganz schön ein pervers geile Mods, muss ich jetzt mal einfach so sagen. Das muss man jetzt einfach mal in Nightless so zugestehen. So. Guck an. Du musst eigentlich gar nichts mehr machen, oder? Also das. Und du, wenn wir das überleben, dann machen wir hier auch die Paragon-Dinger. Was wir jetzt hier machen, das entscheiden wir da nächste Woche. Mein Gott, diese Mission und die Unterbrechung sind ein bisschen eine, wie sagt man, ein Achterbahnfahrt der Gefühle sozusagen. Aber kriegen wir hin. Wir hätten jetzt hier noch zum Beispiel sogar eine coole. Wenn ich mir das so angucke. Hier und hier war ziemlich cool. Das heißt, hier könnten wir sogar noch eine Wohngebiets-Spezialisierung machen, um dann vielleicht sogar die noch dazu zu kriegen. Und wir könnten mal gucken. Wir haben demnächst die Quarzit-Geschichten zusammen. Und dass wir dann mit ihr dann endgültig mal handeln könnten, wahrscheinlich. Oh ja, wir kommen ziemlich gut voran, muss ich sagen. Wir könnten jetzt eigentlich, haben wir genügend Energie, gleich nochmal diese Geschichte machen. Zack. Ist nämlich ziemlich geil, drei Leute einfach so aus dem Nichts zu erschaffen, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Und die sind noch ziemlich zufrieden. Ja geil, und dann kriegen wir das auch noch. Also ich bin ziemlich zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist. Wir müssen jetzt, sobald wir mit Logan hier fertig sind und mit ihr, das hier oben gemacht haben, würde ich diese Geschichte dann machen. Hier diesen Neuralkomplex rausholen. Weil ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, dass es da noch so ein bisschen Verräterus-Aktionen gibt und sowas. Und da möchte ich ein bisschen vorbereitet sein. Gut, aber ihr seht, es geht voran. Vielleicht ein, zwei Episoden und dann haben wir hier auch die Assembly-Geschichte durch. An der Stelle dann wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.